Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. In den letzten Videos haben wir viel gehört über Stromrichter, über Gleichrichter und so weiter. Wir haben was gehört über Wechselrichterbetrieb und Gleichrichterbetrieb und so weiter. Und jetzt wollen wir das ein bisschen verbinden mit unserer Gleichstrommaschine. Und zwar wollen wir sprechen, ich meine, im sogenannten Einquadrantenbetrieb als Motor oder als Generator, denke ich, ist alles klar. Weil dann rinnt der Strom und die Spannung ist halt entsprechend polarisiert und dann habe ich entweder positive oder negative Spannung und der Strom rinnt in eine Richtung durch. Was ist aber, wann ich im sogenannten Vierquadrantenbetrieb fahren will? Das bedeutet, der Strom soll links-rechts laufen können, die Drehzahlen sollen sich also ändern können und ich möchte in beide Richtungen entweder antreiben oder bremsen. Also voll alles ausnutzen, was der Motor mir so bietet. Oder die Maschine, nennen wir es Maschine, weil einmal das ist ein Motor, einmal ein Generator. Schauen wir uns das nochmal an. Also es geht um den Vierquadrantenbetrieb. Wie können wir den mit unseren Umrichtern realisieren? Und zwar, wir haben ja da gehabt, immer das Moment hier, hier ist irgendwo MN, das Nennmoment. Und genauso weit auf der anderen Seite habe ich halt Minus MN und da habe ich halt irgendwo eine Leerlaufdrehzahl N0. Genauso weit in die andere Richtung habe ich Minus N0, dann dreht es halt in die andere Richtung der Motor. Oder mal da rüber, das braucht aber nicht, das ist also N hier. Wie haben wir gesagt, schaut das da aus, wenn ich da das Horizontal rüberzeichnen will, dass man das einmal sieht und das da runter. Über den einen Quadranten haben wir uns ja einmal unterhalten oder öfter schon unterhalten, wegen dem prinzipiellen Verhalten von Gleichstrommaschinen. Und da haben wir gesagt, bei einer gewissen Spannung, naja, da sackt es so ab. Oder so, die Drehzahl- und Drehmomentverlauf war so, für die Nennspannung. Haben wir weniger als die Nennspannung, dann gibt es halt da so parallele Linien. Da gibt es halt irgendwo eine Null-Linie, die ist ebenfalls. Das wäre bei Spannung Null. Bei Spannung Null kann ich das wegdrehen, da gibt es eine induzierte Spannung, da sehen wir schon, uh, was passiert da? Ich komme in einen zweiten Quadranten. Das heißt, da drehen wir dann praktisch, wenn das Moment in eine Richtung geht, drehen wir dann einfach in die andere, hat das Moment praktisch Kraft genug, um die Maschine in die andere Richtung wegzudrehen, geht aber nicht in die volle Post, weil es baut sich eine innere Spannung auf und, ja, es schaut wieder genauso aus. Also hier, das wäre praktisch Motor im Rechtslauf. Motor. Rechtslauf. Das ist zum Beispiel Auto fährt bergauf. Motor. Motorrechtslauf. Was passiert jetzt, wenn das Auto auf einmal bergauf fährt? Also wir haben die gleiche, die gleiche Drehrichtung, Rechtslauf. Na ja, da haben wir gesagt, dann geht halt da praktisch die Drehzahl, geht so nach oben. Also es wird praktisch da verlängert. Diese Linien werden hier einfach verlängert. Und natürlich mit weniger Spannung. Schaut das entsprechend aus? Einfach linear verlängert die Linien. Das soll natürlich alles parallel sein hier. Das ist Generator. Rechtslauf. Also da haben wir praktisch Momente da abgenommen. Auf einmal geht es bergauf. Das ist zum Beispiel Auto fährt bergab. Wenn wir hier weiter runter kommen, da unten haben wir praktisch genau das gleiche wieder. Da kommen wir hier weiter runter. Und jetzt haben sich Motor, jetzt haben sich Moment und Drehzahl umgedreht. Moment und Drehzahl umgedreht. Und wir haben praktisch das gleiche Kennlinienfeld wieder oben. Wenn wir das umdrehen, schaut wieder genauso aus. Also es ist jetzt wieder ein Motorbetrieb. Nur diesmal ist es Linkslauf. Und das wäre zum Beispiel Auto fährt retour bergauf. Ja, wenn man in dem Quadranten hier jetzt Motorbetrieb ist, haben wir in dem Quadranten wieder Generatorbetrieb. Jetzt stört mir da die grüne Linie ein bisschen. Aber naja, ich denke, man kann es sich vorstellen. Das sind immer verschiedene Spannungen hier. Ankerspannungen. Und das ist Generator. Linkslauf. Drehzahl hat sich hier umgedreht. Geht jetzt in die andere Richtung. Also Auto fährt retour bergab. So kann man sich das vorstellen. Also, so schaut das an und für sich aus. Das ist der Vier-Quadranten-Betrieb. Und diese ganzen Quadranten möchte ich hier abbilden. Okay. Also ich habe in diesem Fall hier, in diesem Fall, habe ich einen Motor. In diesem Fall hier habe ich einen Generator. In diesem Fall hier, habe ich einen Generator. Und in diesem Fall hier, habe ich einen Motor. Okay. Und da haben wir gesagt, ja, okay, da ist halt das N, geht in die Richtung. Rechtslauf. Ja, N. Da geht das N ebenfalls in die Richtung. Da geht das N jetzt in die andere Richtung. Und das N geht hier ebenfalls in die andere Richtung. Das wäre so der Fall praktisch im Vier-Quadranten-Betrieb. Diese Sachen müssen wir mit unseren Wechselrichtern und Gleichrichtern und so weiter abdenken. Das zugehörige Moment hier, geht in die gleiche Richtung wie M. Dort das Moment umgedreht. Da geht das M in diese Richtung. Hier geht das M ebenfalls in diese Richtung. Also M und N geht wieder in die gleiche Richtung. Deswegen haben wir da wieder Motorbetrieb. Und hier haben wir M und N in die andere Richtung. Im Prinzip ist das genau das hier. Und ich habe auf der einen Seite, habe ich da einen Umrichter. Mit den drei Anschlüssen. Den habe ich da überall. Das ist mein Strang, ein Strang eines Umrichters. Und dann habe ich da noch einen zweiten Umrichter. Warum wir den brauchen, möchte ich kurz erklären. Weil, wann ich den da jetzt zum Beispiel auch hänge. Den hänge ich zusammen. Hier. Oder hier auch. In welche Richtung geht denn jetzt die Spannung? Ich zeichne es jetzt auf einmal. Da ist die Drehzahl. Das heißt, hier haben wir mein UDI. Mein UDI praktisch. Oder meine Ankerspannung. Meine Ankerspannung UDI. Mein UDI von dem. Nennen wir es UDI. Das ist das UDI von dem Wechselrichter. Der Wechselrichter kann an und für sich strömend diese Richtung durchleiten. Deswegen habe ich die Diode das reingezeichnet. In diese Richtung durchleiten. Jetzt ist das am Motorbetrieb. Jetzt muss der Strom in die Richtung durchrennen. Da ist die Drehzahl ja in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn die Drehzahl in die gleiche Richtung ist, entsteht auch die Spannung in die gleiche Richtung. UDI. Ist ein Generator. Das heißt, es kommt der Strom da hinaus. Das heißt, da ringt der Strom raus. Da ist der Ankerstrom. Der ringt hier. Und in dem Fall ringt er so. Hier. Die Stromrichtung durch einen Umrichter. Die ist immer gleich. Die Stromrichtung ist gleich. Was sich umdreht, ist die Spannung. Und dieser Stromrichter kann eben Ströme in diese Richtung verarbeiten. Und deswegen funktioniert das da. Und da geht es aber nicht. Da geht es nicht. Deswegen brauche ich hier einen entgegengesetzt arbeitenden Umrichter, der heute Ströme in die andere Richtung schicken kann. Und jetzt bin ich benannt. Wenn ich den jetzt hier anschließe. Immer zusammenschließen. Dreifassige Anspeisung. Alles runterbeue. Jetzt kann der, der Stromrichter, kann Ströme in die Richtung und kann, übrigens wie ist die Spannung hier. Hier haben wir die Spannung in diese Richtung. Ud. Und auch in diese Richtung. Drehrichtung hat sich umgekehrt. Spannungsrichtung hat sich umgekehrt. Der Strom rinnt hier in diese Richtung. Das ist der ID. Und hier rinnt er raus. Also hier. Okay. So. Das heißt, die Spannungen können beide Frequenzumrichter gleich. Der kann Ströme in diese Richtung, der kann Ströme in diese Richtung. Jetzt überlegen wir uns nicht. Welcher dieser Frequenzumrichter muss welche Richtung orten? Also in dem Fall muss hier ein Plus entstehen und hier ein Minus. Dann auch ein Plus und ein Minus. Spannung ist ja hier gleich. Und der Strom muss durch die in diese Richtung gehen. Das heißt, in dem Fall haben wir da eigentlich richtig. Also hier rinnt der ID. Dieser dieser Umformer ist im Betrieb. und zwar als Gleichrichter ist er im Betrieb. Gleichrichter betrieben. Der formt diese Spannung hier in Gleichspannung um, schickt den Strom da durch und betreibt damit den Motor. Der ist aktiv. Das heißt, wir haben hier diese Schleife aktiv an und für sich. So schaut das aus. Der im Gleichrichterbetrieb führt seinen Motor im Rechtslauf. Was haben wir da? Hier haben wir hier Plus. und hier Minus. Da haben wir A Plus und Minus. Das ist aber egal, weil es ist nämlich der hier im Betrieb. Der ist im Betrieb. Jetzt geht er praktisch durch die Dioden durch. Geht das in die richtige Richtung? Da rinnt der ID D hinein. Der ist im Wechselrichterbetrieb. Der muss im Wechselrichterbetrieb arbeiten. Der nimmt praktisch jetzt die Spannung in die verkehrte Richtung hier auf mit dem Plus und Minus. Kann man das erkennen. So. Was haben wir da? Da muss das in diese Richtung rinnen. Also genau da. Das heißt, er muss auch hier in diese Richtung durchrinnen. Hier ist wieder der ID. Nur diesmal haben wir hier Plus und hier Minus. Da ist auch Plus und Minus. Das ist aber egal, wie gesagt. Und dieses Mal arbeitet wieder der Rechte. Und dieses Mal arbeitet dieser auf einem Gleichrichterbetrieb. Gleichrichterbetrieb. Und jetzt ist es leicht, weil jetzt der Strom da rüberkommt, muss er hier runter rinnen. Das heißt, hier ist der ID. Da kann er nicht. Verkehrte Richtung. Und jetzt zeichne ich noch Plus und Minus ein, wenn ich jetzt irgendwann wieder hier Plus und Minus, Plus und Minus. Also auf der Seite ist es egal. Und wir haben dieses Mal den linken Umrichter hier und dieser arbeitet diesmal im Wechselrichterbetrieb. Also der Strom rinnt in die gleiche Richtung raus, nur die Spannung hat sich umgedreht. Einmal Gleichrichterbetrieb, einmal Wechselrichterbetrieb. Also mit zwei solchen Umrichtern, die parallel auf eine Last den Motor arbeiten, können wir vier Quadratenbetrieb realisieren. Ich muss nur schauen, dass einmal der eine war und einmal der andere war. Mache ich das wirklich so, dass die so hintereinander fahren. Da sind wir Motor, Gleichrichterbetrieb, dann komme ich hier runter und dann soll der praktisch übernehmen, muss ich meine 10, den zuerst abschalte und den nachher einschalte. Dann gibt es eine kurze Unterbrechung und übernimmt praktisch. Es gibt keinen Strom, der irgendwie da außen zwischen den zwei Wechselrichter hin und her rinnt. Das sind sogenannte kreisstromfreie Schaltungen. Also kreisstromfrei heißt kreisstromfrei nur ein Umrichter im Betrieb. Also entweder so oder so. Das funktioniert, ist einfacher Aufbau, funktioniert super. Wir haben aber heute eine kleine Lücke bei der Umschaltung zwischen den Umrichtern. Der Gleichrichterbetrieb muss ich anschalten, dann schalte ich den ein, da entsteht eine kleine Lücke, dass ich es manchmal störe, wenn ich irgendwas Hochdynamisches haben würde, wo das wirklich links, rechts und zack, 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 zack und da geht es dahin, vier zurück und wuhu, also so richtige Antriebe. Dann brauche ich eine kreisstrombehaftete Schaltung. Kreisstrombehaftete Schaltung heißt, beide dieser Dings sind im Betrieb, beide sind aktiv und jetzt kann man sagen, ist ja wurscht, haben wir den gleichen Mittelwert, das passt schon, das UD ist ja praktisch gleich von beiden Umrichtern, das stimmt schon, aber wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir uns zurückerinnern, wie so Spannungen ausschauen von so Umrichtern, da mit irgendwelchen Zacken da rein und so weiter, ich meine, die Momentanwerte können schon unterschiedlich sein zwischen dem Richter und dem Richter und deswegen kann es hier zu Kreisströmen kommen, die da in Kreis rinnen, je nachdem wo momentan mehr Spannung ist, rinnt das einmal so und so und so, das heißt, es rinnt nicht nur da der Strom durch die Maschine durch, sondern auch herum ein sogenannter Kreisstrom. Kreisstrom behaftete Schalter, alle Umrichter sind in Betrieb. Beide Umrichter gleichzeitig. Das bedeutet, hochdynamisch, ich kann, dadurch, dass alles in Betrieb ist, zack, 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 jetzt da hier, der so und so und so, das geht also wirklich fein, also nicht nur ein bisschen fein, das geht super. Das Einzige, ich habe eben diese durchaus großen Kreisströme, das heißt, ich muss dann irgendwelche Induktivitäten da hineinsetzen, in die Dings, dass die Ströme geglättet werden, dass dann nicht spitzen Ströme entstehen und so weiter, das macht es einfach teurer, macht es einfach teurer, aber für dynamische Antriebe ist das eben besser. Und das ist der Vier-Quadranten-Betrieb. Ich hoffe, wie man jetzt so Gleichrichter und Wechselrichter, warum das einmal Wechselrichter-Betrieb ist, weil es eben die Spannung da drinnen umdreht, obwohl der Strom gleich ist, ich hoffe, dass es jetzt klarer geworden. Vier-Quadranten-Betrieb mit Umrichtern. Das nächste Mal sprechen wir über Steller, Gleichstromsteller. Also wir wollen aus einer Gleichspannung eine andere Gleichspannung machen, indem wir die geschickt drauf schalten auf unsere Maschine. Wie das funktioniert und wie wir das machen können, das sehen wir im nächsten Video. Gleichstromsteller für den Motorbetrieb zuerst einmal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.